Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Welcome or welcome back on my channel. Ich möchte heute nochmal eine Blume machen und zwar habe ich mir von Molds & Shapes die Ribbon Mold rausgekramt und habe mir meine Farben angemischt und zwar ist das einmal True Aluminium Gold von Dipon, weiß, weiße Pigmentpaste von Dipon und ich habe mir ein bisschen Glitzer angemischt, so ein blau-lila Glitzer und ein paar Alkoholings. So today I want to do kind of one big flower. I got the Ribbon Mold from Molds & Shapes. I got my colors, the True Aluminium Gold Pigment Paste, White Pigment Paste and I got some Glitter. So if you are in the US, this Glitter is from Laura's Art Corner. Check out her website. This blue purple one is, I think it's called Mermaid Tail Glitter and I got some gold beads and I will start with pouring an outer ring. Ich fange also jetzt an mit diesem äußeren Ring, aber ich muss euch jetzt schon direkt was erzählen. Das ist mir noch nie passiert. Mein Tisch ist in Waage, meine Form ist in Waage und ich habe bis heute keine Ahnung, warum das passiert ist. Ihr werdet es nachher sehen. Die Blume ist komplett gewandert und ich hätte natürlich diese Goldkügelchen als Center weglassen sollen, weil die sind natürlich schwer, die bleiben in der Mitte, da wo ich sie hingemacht habe. Dadurch, dass aber die Blume gewandert ist, sind natürlich diese Goldkügelchen nicht mehr in der Mitte. Nichtsdestotrotz ist das Ergebnis trotzdem schön geworden, deswegen ich zeige es euch zum Schluss auch. Aber komische Sache, was da passiert ist, keine Ahnung. So, so at this point, I have to tell you something which never happened to me before. My table is leveled, my mold is leveled and I still don't have a clue. My flower kind of moved completely and I should have made my center without these gold beads because they are kind of heavy and they stay in place. So, they stayed in the center, but my flower moved. So, in the end result, my little gold beads are off center. I will show you the end result. You will see what I mean later. But it's kind of funny because that never happened to me before. Okay, I will start pouring an outer ring with my glitter. It's just an amazing purple-bluish-teal-color glitter. And then I will fill up my mold. Ich fange also an mit dem äußeren Rand, mit dem Glitzer. Und dann füllen wir das Ganze erstmal mit klarem Harz auf. So, nachdem wir die Bläschen entfernt haben mit dem Heißluftfön, ihr wisst, solche Teile mache ich gerne ein bisschen schneller, damit es für euch nicht so langweilig ist, machen wir jetzt mit diesen kleinen Goldkügelchen die Mitte. So, after I removed all the bubbles with my heat gun, I sped up this part because it's kind of boring for you, so that's why. We can start with a center and I'm just adding some of those gold beads, spreading them around so that I have a nice round center, which is in the end result not a center anymore. And then we can start with dropping inks. Also, die Mitte, die nachher keine Mitte mehr ist. Und dann fangen wir mit den Alkohol-Inks an. Einmal kurz noch die Bläschen wegmachen. Es steigen immer noch Bläschen nachher auf, deswegen mache ich die jetzt einmal kurz weg. Ich habe, seid immer vorsichtig mit dem Bunsenbrenner, dass ihr euch die Form nicht verbrennt oder das Harz nicht verbrennt. Meiner ist wirklich, das ist ein kleiner Bunsenbrenner auf niedrigster Stufe. So, always be careful with the torch, so you can easily burn your mold or your resin. I have a really small torch on the lowest flame and I just give it a quick torch. I don't stay at one place. I always move around, removing any bubbles. And then we can start with the inks. Ich habe einmal ein blaues Alkohol-Ink. Dann habe ich von Marabu das Gold und ich habe lila. So, my Alkohol-Inks. Hier ist mir der Deckel natürlich erstmal ins Harz geflogen. Super Ding. Es gibt so Tage, ne? Um, ja. I have my blue Alkohol-Ink, the Marabu Gold and I have a purple one. And I just, ja, flipped my cap of my Alkohol-Inks into my resin. It's, there are some days are like, well, you know those days, right? Okay, just cleaning up this cap because I cannot put it back onto my Alkohol-Ink bottle. Because when the resin cures, you will never be able to open that bottle again. Ich musste jetzt erstmal natürlich diese Kappe sauber machen, weil wenn ich das natürlich drauf mache und das Harz härtet aus, kriege ich das nie wieder auf. Gut, jetzt aber. Das Blau und dann machen wir noch ein bisschen Lila. Ich mache nicht zu viele Alkohol-Inks rein. Ach ne, ich nehme noch einen Türkis. Entschuldigung, I forgot. This is kind of a teal color as well. So blue, teal and purple. I'm not dropping too much Alkohol-Inks. I just want to have a little bit color in my mold, but it shouldn't be overloaded. Ich mache also jetzt immer nur so ein bisschen Alkohol-Ink rein, nicht zu viele Tropfen. Ich verswirrle das jetzt. Ich möchte nicht, dass die ganze Oberfläche so komplett bedeckt ist. Man soll ja auch noch die Farben sehen. Und jetzt mit meinem Silikonpinselchen einmal ein bisschen verteilen, einmal einen schönen Kreis ziehen. Ich finde das immer ganz schön, wenn die Farben sich so ineinander etwas mischen. So I just go in with my Silikon-Tool and just make a circle and kind of blend those colors. I really like it when the colors are blended. At least in this design. Sometimes it's nice if you have like little color areas which are not blended at all. But in this case I wanted to blend the colors a little bit. And now I can go in with my white. Ja, jetzt sind wir fertig und ich kann jetzt mit meinem Weiß reingehen. Ich räume erstmal gerade alle Sachen beiseite, damit ich nicht irgendwas wieder umschmeiße oder wieder irgendwas ins Harz fallen lasse. Ich kenne mich ja, manchmal bin ich ein bisschen schusselig. Und dann können wir starten. So I just put everything aside because sometimes I'm a little bit goofy. There you can see it. Sometimes I just tend to kind of push everything around and some things fall into my resin. And I was just afraid that I drop anything again in my mold. So that's why I put everything aside. And now we can go in with the colors. This is my gold, my true aluminium gold. And I thought I will do kind of a flower design. Basically just perfectly poured. Ich habe jetzt erstmal angefangen mit dem Gold und wollte so ein Blumendesign machen. Und dann fiel mir ein, das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Also gehe ich jetzt in einer Spirale rein. I really, really didn't like this kind of flower petal design, which I just poured with the gold. So I decided to just go in in a spiral motion and draw my petals later on. Hopefully that this gold, which I just poured first, won't sink. Ich habe natürlich ein bisschen Angst gehabt, dass wenn ich jetzt alles über dieses Gold gieße, dass mir das Gold nachher absinkt. Aber ich mochte es halt überhaupt nicht leiden. Also verteile ich erstmal munter mein Weiß und mache das gleiche dann noch munter mit meinem Gold. So I just go in with my white, doing a circle and again and again and again. And now the same process with my gold. Just going in with a spiral motion, spreading this out and yeah, that's it. And now we can draw the petal design with my silicon tool. I just kind of smooth out some areas where I think I might can get blobs. Especially in this perfectly shaped flower, which I poured first. Ja, gerade diese Blume, die ich da gegossen habe, diese wunderschöne, die mache ich, die verteile ich so ein bisschen. Und jetzt, ja, forme ich mir ein bisschen meine Blüte, einfach von außen nach innen. So I just go from the outside to the inside and then a little swirl in the center, I guess. Oh no, I just make some more petals, some smaller ones in the middle area. Ich gehe also jetzt nochmal in der Mitte so ein bisschen hin und mache mir da so ein paar Blätter rein. Ich versuche das einfach mal ein bisschen anders zu machen, als immer nur von außen nach innen und innen nach außen. I just wanted to do it a little bit differently than usual, so not just from the outside to the inside and inside to the outside. That's why I just made some more petals in this inner area. Well, you know what I mean. And then I will go from inside to the outside in this kind of outer ring. Ich gehe also jetzt an diesem äußeren Bereich nochmal von innen nach außen und füge, genau, ein Swirl in der Mitte, a Swirl in the Center. Und dann gucke ich nochmal, wo sind noch irgendwelche Stellen, die so gar keine Farbe haben, wo möchte ich vielleicht noch ein bisschen Weiß haben oder wo fehlt noch ein bisschen Gold. Und das füge ich dann noch hinzu. So, now I'm just checking my flower design. Is there any negative space I want to fill up with white or with gold? So, I just go in and fill up those kind of negative space areas and then we are ready. For more information, visit our website. Thank you. so wir sind so gut wie fertig ich bin zufrieden und jetzt zeige ich euch das was ungefähr 15 minuten später passiert ist so almost ready and yeah now i will show you what happened i think about i don't know 15 minutes later 10 to 15 minutes later so wir sind ein paar stunden später es ist total verrutscht irgendwie so this is a couple of hours later we are ready to demold i want to turn this into a bowl my resin is still really really bendy so i have to be careful also wir können das ganze jetzt in eine schale form mein hart ist aber noch relativ weich und sehr biegsam deswegen muss ich vorsichtig sein das ergebnis finde ich ist super schön nur eben diese mitte diese verrutschte die ärgert mich so i really like the result i think it turned out quite pretty i just i just don't like this gold bead center because it's off center that's why i decided to turn my bowl not the gold beads in the center i will shape it a little bit differently than usual ich entscheide mich also jetzt das ganze ein bisschen anders zu formen als sonst ich nehme also nicht die gold beads die ja wirklich in der mitte sind in die mitte sondern ich nehme die verrutschte blume in die mitte und habe an der einen seite einen höheren rand und an der anderen seite einen etwas niedrigeren so ein bisschen asymmetrisch weil ich dachte da machst du halt mal was anderes draus so i shaped it a little bit well kind of i took the center of my off centered flower and i pushed it in my bowl so i have kind of a bigger rim on the one side and a smaller on the other side i hope it makes sense what i'm talking about in english but you will see in the end result what i mean i just shaped it differently let this cure and then i will show you the finished result ich lasse das jetzt aushärten dann zeige ich euch das ergebnis und ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen und hinterlasst mir einen daumen hoch und gerne ein abo auf meinem kanal und wir sehen uns im nächsten video so i hope you like the video even though it's not a perfect result leave me a thumbs up subscribe to my channel and i see you in the next video